Wer war Sigmund Freud? Wie sah sein Alltag aus? Wie hat Freud sich während des Ersten Weltkriegs verhalten? Und wie kam es dazu, dass Sigmund Freud und Albert Einstein ein gemeinsames Buch veröffentlicht haben? Diese und viele weitere Dinge über Sigmund Freud erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Leben von Sigmund Freud. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Wenn du also keine weiteren Videos verpassen und den Erzieherkanal unterstützen möchtest, dann lasse doch gerne ein kostenloses Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Video. Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 als Sohn jüdischer Eltern in Freiberg in Meren geboren. Heute liegt der Ort in Tschechien. Sein Vater war Wollhändler. Sigmund Freud hat, für die damalige Zeit untypisch, trotz mehrerer Geschwister, sein eigenes Zimmer und ging auf das Gymnasium. Freud wuchs im Gegensatz zu seinen Schwestern privilegiert auf. Im Jahr 1873 nimmt Freud ein Studium der Medizin in Wien auf. Freud ist zu Beginn des Studiums 17 Jahre alt. Bei Abschluss des Studiums im Jahr 1881 ist er 25 Jahre alt. Von 1876 bis 1882 geht Freud während seines Studiums einer Forschungstätigkeit am Physiologischen Institut in Wien nach. Kurz vor Abschluss seines Studiums hatte Sigmund Freud um 1880 herum einen einjährigen Militärdienst zu leisten. Von 1882 bis 1885 arbeitete Freud als Assistenzarzt am Wiener Universitätsklinikum. Anfangs in unterschiedlichen Bereichen, später in der psychiatrischen Abteilung. Dort wurde Freud mit drastischen Krankheitsbildern konfrontiert, für die es zu diesem Zeitpunkt keinerlei Medikamente gab. 1885 fand die Habilitation zum Professor für Neuropathologie und Lehrer als Professor des Fachs an der Wiener Universität statt. Bis 1902 forschte Freud an der Anatomie des menschlichen Gehirns. 1885 arbeitete Freud an einer Pariser Nervenklinik. Dort wurden seelisch kranke Frauen ohne körperliche Erkrankungen mittels Hypnose und Suggestion behandelt. Ein Jahr später, im Jahr 1886, gründete Freud seine eigene Praxis. Aufgrund von Übernachfrage steigerte Freud die Kosten für eine Therapiesitzung. Sein Jahresgehalt war zu Hochzeiten etwa doppelt so hoch wie das Gehalt eines Professors und zwölfmal so hoch wie das Gehalt eines Gymnasiallehrers. Freud selbst beschrieb seine normale Woche wie folgt. Um 7 Uhr aufstehen. Von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 15 Uhr bis 21 Uhr Behandlung von Patienten. Den Rest des Abends bis zum Zu-Bett-Gehen um 1 Uhr wurde Lektüre gelesen oder Publikationen verfasst. Samstags von 19 bis 21 Uhr hielt Freud seine Vorlesungen in der Universität. Den Sonntag widmete Freud seiner Familie. 1895 veröffentlichte Freud die Schrift Studien über Hypnose. Diese Schrift befasst sich mit der Freien Assoziation. Darin wird aufgezeigt, dass Traumerfahrungen seelische Störungen bedingen, sodass aus spontanen Äußerungen der Patienten Ängste entschlüsselt werden können und es so möglich ist, die vorhandenen Neurosen zu heilen. Ebenfalls im Jahr 1895 wurde Freuds erste Tochter Anna Freud geboren. Insgesamt war Sigmund Freud sechsfacher Vater. Freuds Kinder beschrieben ihren Vater als einen Vater, der eine von Güte und Menschlichkeit bestimmte väterliche Autorität ausstrahlte. 1897 formulierte Freud den Oedipus-Komplex. Er beobachtete bei sich selbst, dass er eine Verliebtheit seiner Mutter gegenüber verspürte und gleichzeitig ein Gefühl der Eifersucht gegenüber seines Vaters. Diesen Komplex beobachtete Freud auch bei anderen Menschen und erklärte den Oedipus-Komplex als allgemeingültig. Im Jahr 1900 veröffentlichte Sigmund Freud die theoretische Schrift die Traumdeutung. In dieser Schrift wurden Grundbegriffe der späteren Psychoanalyse geschaffen. Der Hauptantrieb des menschlichen Verhaltens entspringt laut der Theorie aus den unterbewussten Sexualfantasien von Kindern. Diese Fantasien stehen gesellschaftlichen Normen gegenüber. Mittels sogenannter Sublimierung kann der Mensch die unterdrückte Libido in konstruktive kulturelle Leistung umwandeln. Freud definierte die Träume als verschlüsselte Hinweise auf den Konflikt zwischen den menschlichen Wünschen und den Verboten. Im Jahr 1901 erschien das Werk Psychopathologie des Alltagslebens. Dort beschäftigte sich Freud mit der Bedeutung von Vergesslichkeit und Versprechern. Aus diesem Werk stammt der bekannte Freud'sche Versprecher. Bei dem Freud'schen Versprecher wird Gedachtes versehentlich ausgesprochen, ohne dass es wirklich gesagt werden sollte. Es ist also kein bloßer Versprecher, sondern ein Versprecher, der auf die Psyche und die Gedanken des Menschen zurückzuführen ist. Im Jahr 1902 erhält Sigmund Freud nach über 20 Jahren Hoffen auf diese Stelle die ordentliche Professur im Fach der Psychopathologie an der Universität Wien. Zu dieser Zeit hatte Freud für seine Publikationen und Ideen zur Psychoanalyse von der internationalen Fachwelt viel Anerkennung erhalten. 1902 gründete Freud mit Kollegen die Psychologische Mittwochsgesellschaft. Diese Treffen fanden in Freuds eigener Wohnung statt und es wurde über Theorien und Erkenntnisse des Fachs diskutiert. Unter den Teilnehmern zählte auch der Begründer der Individualpsychologie, Alfred Adler. 1905 veröffentlichte Freud das Werk Drei Abhandlungen der Sexualtheorie. Dort beschreibt er den Sexualtrieb als größte Antriebskraft des menschlichen Verhaltens. Zwischen 1905 und 1910 reiste Freud viel und hielt Fachvorträge zu seinen Erkenntnissen. Vor allem in den Vereinigten Staaten hielt Freud Vorlesungen und Vorträge. Diese waren sehr gefragt und anerkannt. Im Jahr 1910 gründete Freud die Internationale Psychoanalytische Vereinigung. Freud war zu dieser Zeit mit Carl Gustav Jung befreundet und schlug diesen als Präsidenten vor. Von 1914 bis 1918 fand der Erste Weltkrieg statt. Laut verschiedenen Aussagen ließ sich Freud mit der allgemein herrschenden Kriegseuphorie mitreißen, motiviert durch Erfolge deutscher Truppen an der Ostfront. Freud praktizierte im Ersten Weltkrieg weiter seine Tätigkeit in der eigenen Praxis. In der Vorkriegszeit hatte Freud täglich etwa zehn Patienten. Im Ersten Weltkrieg waren es im Schnitt pro Tag nur noch zwei Patienten. Freud bekam die Kriegswirklichkeit auch finanziell zu spüren. Den Verlust an Praxiseinnahmen bezifferte Freud 1915 auf 40.000 Kronen, was heute etwa 80.000 Euro entspräche. Vorträge und Diskussionen entfielen, da viele praktizierende Ärzte und Freunde in den Krieg berufen wurden. Freud nutzte die Zeit, um sich weiter seinen Theorien und der Ausarbeitung von Erkenntnissen zu widmen. Zum Ende des Krieges berichtete Freud davon, dass es bei seiner Familie zu starker Versorgungsknappheit aufgrund des Krieges kam. Es war keine Kohle mehr zum Heizen vorhanden. Das Haus war so kalt, dass Freud aufgrund der kalten Hände kaum schreiben konnte. Im Jahr 1919 endeten die finanziellen Nöte und Freuds Praxis lief immer besser und besser. Ebenfalls im Jahr 1919 gründete Sigmund Freud seinen eigenen Verlag, den Internationalen Psychoanalytischen Verlag. 1923 Sigmund Freud war starker Raucher. Im Jahr 1923 wurde Krebs im Mundraum am Gaumen diagnostiziert. Freud ging erst zum Arzt, als er einen blutenden Gaumen entdeckte. Gesundheitlich war er schon längere Zeit angeschlagen. Trotz schwerwiegender Krebsdiagnose rauchte Freud weiter, vor allem Zigarren. Freud wurde ein großer Teil des Oberkiefers und Teile des Unterkiefers entfernt. Er erhielt zum Sprechen und zur Nahrungsaufnahme eine Prothese. Bis zu seinem Tod musste sich Freud 33 Operationen aufgrund der Erkrankung unterziehen. Lange Vorträge und zahlreiche Therapiesitzungen waren Freud aufgrund der Erkrankung nicht mehr möglich. Von 1923 bis 1930 entwickelte und modifizierte Freud die Struktur des psychischen Apparats. Aus diesem entwickelte sich das als heute bekannte Eisbergmodell mit dem S, dem Ich und dem Über-Ich. 1927 erschien das Werk Die Zukunft einer Illusion. Hier legte Sigmund Freud sein religionskritisches Denken dar. 1930 Seine Tochter Anna kümmerte sich um ihren gesundheitlich angeschlagenen Vater. Die Beziehung zwischen Tochter und Vater wurde als innig beschrieben. Anna Freud war von den Werken ihres Vaters begeistert und wurde selbst in diesem Bereich tätig. Ebenfalls im Jahr 1930 erhielt Sigmund Freud den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt. 1932 fand ein Briefwechsel zwischen Sigmund Freud und Albert Einstein statt. Gemeinsam wurde das Buch »Warum Krieg?« verfasst. In diesem Buch wurde untersucht, wie Wissenschaft Kriege verhüten kann. Am 10. Mai 1933 initiierten Nationalsozialisten eine Bücherverbrennung. Dort wurden von ihnen geächtete Bücher auf dem Berliner Opernplatz öffentlich verbrannt. Darunter auch Werke von Sigmund Freud. Am 22. März 1938 wollte die Gestapo Freud zum Verhör abholen. Vorab hatte ein SA-Trupp versucht, Kunst und Antiquitäten zu beschlagnahmen. Freud ging es zu dieser Zeit gesundheitlich wirklich sehr schlecht. Seine Tochter Anna konnte aufgrund der Gebrechlichkeit ihres Vaters und einem ausgestellten Attest des Hausarztes ein Verhör abwenden. Durch viel Einsatz konnte eine Emigration für Freud ermöglicht werden, also eine Flucht ins englische Exil. Freud lebte ab diesem Zeitpunkt also in England. Vier Schwestern von Freud blieben zurück. Deren Ausreise missglückte und sie fielen 1942 dem Holocaust zum Opfer. 23. September 1939 Freud und sein befreundeter Hausarzt Max Schur hatten vor Jahren vereinbart, dass Freud ein unnötiges Leiden erspart bleiben soll. Max Schur verabreichte Sigmund Freud auf seinen Wunsch eine tödliche Dosis Morphium. Max Schur berichtete in späteren Interviews, dass Freud dem Tod mit Würde und bis zum Schluss ohne Selbstmitleid entgegenblickte. Sigmund Freud gilt als Begründer der Psychoanalyse und als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Denker seiner Zeit. Seine entwickelten Theorien und Methoden werden bis heute angewandt, aber auch diskutiert. Zu den bekanntesten Hauptwerken zählen Titel wie Vorlesungen zur Einführung aus der Psychoanalyse, aus welchem das bekannte Strukturmodell der Psyche oder auch Eisbergmodell genannt, entstammt. Das Werk, die Traumdeutung, Hemmungen, Angst und Symptome oder die Massenpsychologie und Ich-Analyse. Eine Sammlung seiner Werke gibt es vergleichsweise günstig und ansehnlich aufbereitet zu kaufen. Ich verlinke die Sammlung in der Beschreibung und in den Kommentaren. Und falls Interesse besteht, auch ein Buch zu einer ausführlichen Biografie zu Sigmund Freud. Wenn du dich für ein Video zum Eisbergmodell nach Sigmund Freud interessierst, dann klicke hier. Oder für das aktuellste Video auf dem Erzieherkanal, klicke hier. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.